so dann legen wir mal wieder los bei assassin's creed revelations und die story geht hier weiter und zwar das sentinel part 2 den verräter einsacken hier ein assassine wartet für einen kauf nicht für zusätzliches training schnippt die schnuppt ähm du nicht bedetektet ah du bist es wieder und die news of the presently apprentice he found us mentor two of our brothers kidnapped from this den earlier today now wali is demanding that we and over a property to the temple no do not negotiate with men who use hostages as leverage we hunt them down and we eliminate them then we should split up and search galata now we have little time to waste ja okay den free die gefangenen assassinen sehr gerne auch zwei stück noch das ist ja warum pam 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 ding chigga ding 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 ja ich glaube ich bin das ist ja ich bin ich bin alle ich bin du Was ich eigentlich noch möchte, ist, dass die, ähm, dass die auf die Wachen hier einhauen. Hm. Das ist sehr schade. Stopp. Achso, ich kann natürlich die Ladies hier anstapeln. Haube nicht. 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 von? von wem? länder? von? Sehr gut. Du hast top gemacht. Verdammt. Vergiss mich. Du hast für eine Ruse fallen. Er hat mich verabschiedet, um die Assassins wegzunehmen. Du wirst da jetzt auf seinen Weg sein. Sehr geschickt. Da oben blinkte gerade irgendwas. Egal, wir haben eh was anderes zu schaffen. Meist doch. Oh. Äh, jaja. Entschuldigung. Guten Tag. Danke. Ja! Ich kann mich jetzt an deiner Stelle mal nicht so sicher, muss ich die verfolgen. Ich kann nicht rennen. Ich habe auf Sprinten gedrückt und er sprintete nicht. Ah, Ezio. Du bist ein Akani-Soldier, Ezio. Aber du allein bist nicht genug, um diese Stadt zu retten. Ioannis Antibus ist Assassin's Creed Down. Nein, Ezio! Warum rennst du da so langsam? Okay. Aber wenn die Türke in Wolokia kamen, und die Assassins haben nichts gemacht, um es zu stoppen, wie kann ich weiterhin glauben? Wenn ein Mann seine Philosophie nicht lässt, ihn seine Menschen, sein Haus und seine Familie... Was gut kann es für die Welt tun? Gute Frage. 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 Unlocked. Na, noch mehr? Cooles Theater. Das Hippodrom. Yo. Darf ich mir trotzdem die Karte anschauen? So, wir haben hier unten Sophia Memory, mit anderen Worten. Noch ein Key. Da oben passiert nicht so viel. Die Story geht direkt vor unserer Nase weiter. So, was ist unser Plan? Kardesim, das ist nicht dein Kampf. Easy. Beat Yusuf to the Topkapel Palace. Schneller sein als ihr. Oh. Ich bin ja. Du musst jetzt hier sein. Oh. Ich bin ja. Oh. Ah. Ah. Nein, Nezio! Was ist irgendeine Möglichkeit für mich tatsächlich noch vor Yusuf anzukommen? Wer von denen ist Yusuf? Ist Yusuf überhaupt dabei? Es Yusuf! Ezio, warum?! Minstrels von Italien. Ich werde das Spaß machen. Ich werde das. Mach ein paar Italien-Monstrels. bitte was ihr habt doch gar nichts gemacht und überhaupt relativ wenig gesehen minstrels from italia i am going to enjoy this i am going to enjoy this session ja ist das schön ist das schön oh god ups okay jetzt sind wir aber detected und dann funktioniert schon nicht mehr und ich muss irgendwie eine patrouille am start sein die ich nicht gesehen habe umso mehr gelegenheit habe ich diesen minstrels hier eins auf den kopf zu hauen um und jetzt und jetzt und 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 Come, come. This courtyard is closed to the public. Turn around and start walking. Perdonate, buon signore. We are this evening's entertainment. Any ol' Gerzak can carry an instrument around. Get lost. No one understands my plight. You sound like a dying cat. Singing for impatient men. What is this? Where, Batzen? While traveling through Forli, I took her at her leisure. What are you doing? She said it's strictly business. Such business was my pleasure. Hey, Kala. Go in and bother the guests with that noise. Nazare, oh, Nazare. A man of great depravity. Believed himself immortal till he had a date with gravity. A minstrel's song, I've heard them say, brings maidens by the score. But luck deserts me when I play. They hasten to the door. There once was a man named Duccio, a rat with ledger's taste. Whenever he would show himself, my feast would find his face. Vieri, oh, Vieri, yes, he of Patsy fame, was just as mad as his old man, and ended just the same. Vieri, oh, 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 Vieri. Vieri, oh, Vieri, oh, Vieri, oh, Vieri, oh, Vieri, oh, Vieri, oh, Vieri. Vieri, oh, Vieri, oh, Vieri, oh, Vieri. I sing in Italiano, you understand no word, but my Greek is non-existent and my Turkish is absurd. Fair Lucrezia could not say to her appetite for lovers, but I suspect she would be fine with two or three more brums. Venecia's grim doge, a fierce and evil man, was just a trifled red of face when I upset his plan. Oh, the beauties of Firenze can melt a heart you'll see. Beware the girls of Roma, lest fire you wish to be. Zack, nebron. Sehr schön. I can't believe I stand here and seeing my time I wait. This courtyard is clear, but I do not see Prince Suleiman. Follow me. Before Rodrigo was the Pope, he was a man of vices, and once he gained the Holy See, he raised his vices prices. Now this is a celebration. Suleiman, the Sultan's grandson and governor of Kefe, and he's only 17. We met on the ship. He told me he was a student. And who is that? His uncle, Shehzade Ahmed, the Sultan's favored son. He is grooming himself for the Sultanate as we speak. Sheriff, it's all on his arm. Come. We have more Byzantines to find. The things I do... Thank you for coming. ...to save the world, surprise me time to time. Like learning how to play the loot and making these worlds rhyme. Thank you for coming. I'm a tagless minstrel, I sing of Kiefer coins. If you spot me in the street, please kick me in the loins. To judge a lady's character note well her company. If you should wish to see my sage, come spend the night with me. We should speak soon. Fetch its own point. Thank you. Thank you for coming. I am the knight. I am the knight. Not over. You have got his silver pin. I am. You is my king. Well done. Thank you. Die Hörer werden sich umgekehrt und die Stempel der Gäste stammt. Ich singe in der Pflege der Kinder, ich singe in der Pflege der Damen, ich singe in der Pflege der wunderschönen Menschen, wenn ich ihre Namen erinnere. So und jetzt, wo ist der letzte? Die letzte Crowd. Warum bewegen sich? Oh Gott, so viele! Du bist es! Das ist ein Türkisch, das ist absurd. Gib deine Familie meine Re... Suikastje, Suikastje! Entschuldige die Gäste! Cezadei Suleyman, schau sie! Seid sie! Es ist sie! Kill the last Templar killer before he... Ups. Hallowson! Okay, das muss ich dann wahrscheinlich am sinnvollsten mit der Pistole machen. Spiel, warum... Warum reagiert das Spiel nicht auf Eingaben? Das ist absurd. Weder sprint ich... Komm, lauf Ezio, lauf! Lauf, 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 lauf! Okay, geht doch. Es ist ein RELIEF Es ist ein RELIEF Es ist ein RELIEF zu sehen Sie wieder. Mio bel Menestrello. Ich sagte das richtig? Das ist ein RELIEF Es ist ein RELIEF Ich bin Suleyman. Es ist ein RELIEF Ich bin Suleyman. Der Sultans ist ein RELIEF Sie haben den Sultans, aber nicht seine Familie. Nicht sehr gut. Ezio, du hast etwas Zeit, um zu sparen. Ich möchte deine Meinung auf etwas. Ich will, nachdem ich diese RELIEF Güzel. Besuch mich, wenn du bereit bist. Ja, dann haben wir uns doch jetzt tatsächlich einen Freund gemacht. Ne? Okay, die Sequenz ist damit wahrscheinlich noch nicht komplett. Oh, ich habe Lust, dass... Ah, das ist der Palast und da konnte ich vorhin nicht rein. Weil es ist ja der Palast. Verstehe. Der Sultans Palast. Ist immer noch als Restricted markiert. Aber... Vielleicht ist es okay, wenn wir das erstmal ignorieren. ... ... Ah, ah, ah. Ah, geht doch. Also wie es geht, keine Ahnung, aber es geht ganz anscheinlich. So, die Frage ist jetzt, ob mich die Wachen flach machen. Ich meine, ich bin da eingeladen. Standen die da eben schon? Die Gäste. Ja, die Wachen stehen nicht darauf, dass ich hier bin. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist ja nicht so, als wenn ich gerade in diesem Turm gewesen wäre. Wie mache ich das mit dem nicht detectet werden? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das sieht sehr abgefahren aus. Ähm, eine andere Sache, die sehr abgefahren ist, ist die Tatsache, dass sie ganz augenscheinlich keine Vorkehrungen gegen Gegner haben, die über die Dächer kommen. Ich bin da, ich bin da, Tarek. Ich bin da, Tarek. Ich bin da, Tarek. Ich bin da, Tarek. 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 Wer vom Bazar redet. Hm. Also, wo geht's da raus? Ich weiß gerade nicht, wo es hier raus geht. Ich möchte Richtung Westen. Aber vor allem möchte ich wissen, wo es hingeht. Und ich sehe kein Ausrufezeichen auf der Karte. Heißt das, dass ich noch mitten in der Mission bin? Nein. Nee, die Mission ist durch. Mir scheint, dass diese Anzeige hier drüben sagt, dass die Diebe mit mir reden wollen. Und schließlich gibt es dort ein Hauptquartier und Aufgaben. Und, 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 und. Was ich aber jetzt auf Anhieb echt nicht sehe, ist die nächste Quest. Aber das Schöne ist ja, damit müsst ihr euch überhaupt nicht auseinandersetzen. Denn darum muss ich mich kümmern. Und während ich das mache, mache ich dieses Video aus, damit ihr den Kram nicht gucken müsst, während ich nur durch die Gegengeisterung herausfinde, was ich dann als nächstes machen möchte. Vor allen Dingen möchte ich sagen, Dankeschön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder weitergeht. Mit Assassin's Creed Revelations. Bis dann. Tschüss.